Hi und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Ateams. Mit dabei habe ich heute Flo. Hi. Daniel. Ich will das nicht, er hat ein scheiß Addon mit drin. Und Tyler. Servus. Ja, wir spielen heute gegen, genau, wir spielen gegen Dwight Fairfield bloß ein Hässig. Die verdrehte Ratte, Junge. Die verdrehte Ratte, genau. Oh, ich sehe da einen schwebenden, komm, hallo. Oh Gott. Was sind denn eigentlich die Pinken? Nein, 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 Betty, lass das, lass das, ich kann das segnen. Ja, das ist besser. Dann können wir uns heilen. In nomino Patrice, Tilly Mouja. Hallo. Was sind die Pinken Kreise, die wir uns im Kopf haben? Äh, warum das bei Tyler runtergeht, er guckt den Killer wahrscheinlich gerade an. Äh, soo. Ja, ich glaube ich, ja. Der gerade rumsteht? Nein. Oh ja. Ihhh, was ist das denn für ne, äh, sag ich jetzt nicht. Ihhh, das Teil ist so hässlich, aber halt, es passt halt auch, weißt du? Weil sonst ist es ja DVD, ne? DVD ist halt DVD. Er ist es halt einfach. Er ist es halt einfach. Es ist halt einfach. Was willst du mehr? Digga, er hat mich einfach aus 30 Meter Entfernung getroffen. Nenn ihn Sniper Profi. Nenn ihn American Sniper. Ja. Warum kommst du jetzt zu uns? Ja, dann heilen wir uns zwei, zwei Minuten in der Folge, zwei Minuten in der Folge und ich heile mich das erste Mal. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, es ist weg. Und ich hab es wieder. Ich kann das alles gar nicht mehr. Ich kann das alles gar nicht mehr. Ja. Jetzt holen wir uns das an. Können wir nicht einfach wieder Phasmo spielen? Nee. Können wir uns alle die Monologist so noch nicht preis holen? Also die gruseligere Variante von Phasmo? Gruselige Variante? Na irgendwie nennt man, also wie heißt das? Die Monologist? Die Monolist? Die Monologist? Irgendwas so in die Richtung. Es gibt doch dieses andere Spiel, was, also wie Phasmo halt mit der Jumps hier. Jaaa. Ich hasse dieses Vieh. Wirklich. Bitteschön. So. Digga, ich hab ne Werkzeugkasten dabei. Warum arbeitest du nicht mit dir nicht so fucking los? Du. 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 Er spuckt mich die ganze Zeit aus seinem Bauch an. Wirklich. Ja, das findest du doch sexy. Nee, Mann. Er bringt mich in sein Pornokeller. Ich will das nicht. Oh, oh, oh. Bitte fass mich nicht an. Ich bin eine Frau. Mit äh komischen Haaren. Ey. Was? Ich hab inzendem Herzschlag gehabt. Also tue nicht so weit weg von dir. Ich hab keine komischen Haare. Ja, Granny Style. Hä? So Silber mit Chila, Junge. Das ist voll geil. Oh mein Gott, war der knapp. Hihi. Ja, gar kein Problem. Ich häng hier unten, der seit der Weile ein bisschen ab. Oh, der war auch wieder so knapp. Wo ist der? Da hinten. Äh. Bitte helfen Sie mir, ich häng hier unten. Was ist das denn? Das Teil ist sogar schwanger. Trinkt auch noch ne Missgeburt raus, ey. So was wie es ist. Kannst du für ihn noch ein Werkzeug kommen? Das wäre sehr cool. Kann ich mich frei wickeln? Nein. Nein. Das will ich nicht. Passt zurück. Oh ja. Ich sehe den Killer. Gut. Der ist weg. Geh weg. Wie? Warum scheint das so blau? Fuck. War das wegen meinem Totem? War das wegen meinem Totem? Ah, okay. Krass. Dann, wenn du verletzt bist und innerhalb der Reichweite meines Totems bist, sehe ich deine Aura durchgehend. Naja. Wie muss das dann? Deswegen, ich nenne das nicht ohne Grund mein Medic. Äh. Was ist das denn für'n Scheiß? Ich nenne das nicht ohne Grund mein Medic-Build. Ich kann mich recht gut sch... Sag mal, du musst dir... Oh, da ist noch einer. Gefunden. Oh, der ist sogar angefangen. Ja, ich bin wieder auf dem Weg. Ich glaub, wer er möchte... Hat er so ne... Ähm... Dings hier, das... Oh, wie heißt das denn? Alter, das ist feierlich. Ihr macht uns so ne... Schatze! Oh, bitte komm jetzt nicht her. Bitte komm jetzt nicht her. Flo, komm her. Ich bin hinter dir. Ja, er hat es von mir abgelassen. Ähm... Weil ich so ein Zappel-Philip bin. Ne, wenn man lass mich machen, lass mich. Ich bin so ein Zappel-Philip. Oh, ich zweimal entkommen. Ich glaub, er hat als Aufgabe, dass er halt Leute auf dem Feier-Check, ähm... Bei ihm machen muss, glaub ich. Oh, komm, wenn du nicht hinter mir... Hatte der hinten irgendwo... Hatte der hinten hinten... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab mich grad so erschrofft. Fass mich nicht an. Geht nicht weg, Betty. Ich bin eine Frau. Geht nicht weg, Betty. Hier bleibt schon bei dir. Nein, du triffst mich nicht. Geh weg. Keiner will dich. Deine Mama liebt dich nicht. Scheiße. Oh, Mann. Wir haben jetzt hier hinten einen Tote. Hä? Als ob wir einfach abholen. Einen. Deine Mama. Wir sind ja auch jetzt krass, denn ich hätte mich einfach unten lassen. Hahahaha. Harte bei mir auch gemacht. Ich gucke ihn nicht an, wenn du läufst. Wo? Ich wollte gerade sagen, ich hänge an dem Baum, aber der Haken hängt halt, also steht halt einfach vor dem Baum. Der sagt sich halt nicht, wo er soll. Kein Spaß machen. Ich glaube, er hat zu spuckfähig ist. Er bleibt auch einfach stehen, ne? Ich glaube, er muss den Killer auch mal ein bisschen leeren. Anyway, geh ich halt wieder runter in den Keller, heil mich und... Er muss auch viel gesund werden. Er hat ihn bekommen. Aber das Coole ist, er hat meine Aufgabe fertig. Wenn wir es zehnmal mal verletzen. Es ist so geil, wenn ich mich heile mit dem Perk unten im Keller, sehe ich danach die Aura des Killers. Ja, das ist ja mega. Den Perk kannst du halt nur im Keller benutzen, aber das ist halt egal. Ihr seid ja auf der ganz anderen Seite der MF, Junge. Der ist auch schon fertig. Hier muss doch irgendwo noch einer auf der Ecke hier sein, der nicht fertig ist. Bitte. Ne, ich suche auch gerade. Ihr seid auf der ganz anderen Seite. Ich bin... Ach, hier ist einer in der Mitte, aber hm. Äh, in der Killer Shack ist ein Gen. Den hab ich jetzt gemacht. Ne, da ist keiner. Hä? Der Killer Shack? Da ist doch keiner. Ne, im Hauptgebäude, sorry. Okay, konzentrieren. Ähm. Ja. Full Tyler. Ich kann... Ich hol Tyler gar nicht. Ich bin die Z-Arbeiten gerade. Wunder! Gut, dass ich da weggegangen bin. Nein, bleib stehen. Bleib stehen. Ja. Ich hänge das Scheiße. Kannst du denn weggehen vom... ...Generator? Ist der... Ich? Nee. Nee, nee. I don't give a fuck, Junge. Ich zieh den durch. Selbst wenn Betty da immer mit dem Killer rum tänzelt. Doch, weil's funktioniert. Soll ich ganz off-machen? Lass mal noch. Ich will noch gucken, ob ich hier ein Patronen finde. Vielleicht was cooles drin ist. Sowas wie ein Schöner. Hängt ihn ab und ich beende hier seine Halluzination. Ich bin vollster freudig. Scheiße! Boah! Ey, komm! Ich hab sehr lange, sehr lange, ich glaube ich muss gar nicht. Hat der Bruder mich nicht gesehen? Den nehme ich in Kauf. Weg hier. Er respektiert den Grind. Sind beide Seiten offen? Ja. Ja. Ich weiß nur nicht, gerade. Wo? Da! Glaub ich. Hoffe ich. Da ist Flo. Also muss da Ausgang sein. Oh, Herzschlag hinter mir! Herzschlag hinter mir! Herzschlag hinter mir! Ich weiß! Lass ihn ruhig! Betty, komm her! Baldig! Nein, komm her! Das nehme ich noch mit! Ich auch. Na ja, so verarscht! So, wo ist der Tyler? Tyler, wo bist du? Auf dem anderen Ende, wahrscheinlich. Tyler, komm her! Du bist richtig! Hallo! Hier sind wir! Oh, nein! Oh, nein! Nee! Hörst du mal auf! Hör 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 auf! Ich beschäftige den Bruder hier! Okay, dann komm her, komm her, komm her! Ich bin schon zu weit gelaufen, das ist zu mir leid, Leute! Eigentlich wollte ich noch gar nicht rauslaufen! Oh, schade! Okay! Lollen wir auch gehen! Aua! Wir gehen! Geil! Oh, ist das herrlich! das war eine gute runde ich habe mit dem ich habe mit dem einfach gerade so fange gespielt ich habe den grad so krass fange gespielt so nächste aufgabe das so ja ich habe auch die aufgabe dass sich halten also ich muss zwei jagten entkommen der brie wollte am ende nicht mehr er hat also ich bin gerade mit dem die ganze zeit um die gleichen drei fässer getänzelt während ihr den ausgang aufgemacht hat die komplette zeit die das gebraucht hat und dann kommt ich auch noch so richtig frech so weißt du der hängt mich auf und damien steht neben mir und hängt mich ab so eine sekunde später vor allen dingen er sieht mich ich beende einfach doch seine dings seine halluzination hängen betty ab und danach waren wir auf auf und davon weißt du das gefällt mir nicht dass deine selber bald auch auf prestige 2 ist ja ich spiel momentan auch sehr viel dbd tatsächlich also auch weißt du weißt du betty du solltest vielleicht erst mal auch andere ich bin ich bin bei der hier gerade bei so weißt du so nach und nach so wenn ich halt bock habe die zu leveln mach ich es halt ne warte bei dem bin ich bei und bei der oder so keine ahnung also ich kümmere mich schon drum aber ich will dass meine selber gut am start ist und ich bin halt das ding ist ich bin sehr confident mit dem park sicher gerade drin habe ich bin gerade sehr confident ich drinnen habe und will dass ich habe halt nicht das interesse daran die anderen hoch zu leveln um deren parks zu haben so weißt du ja aber es wäre von vorteil ja natürlich klar aber ich bin halt trotzdem sehr confident mit meinen parks gerade dann komme ich junge was ist ich teste mich da komplett durch ich habe jetzt eine kommt gefunden die für mich halt gut funktioniert und dann bleibe ich bei der kopp auch bis sie halt für mich nicht mehr funktioniert aber dieses scheiß dieser scheiß sunny abschnitt den ich mir hier gemacht habe mit meiner selber junge ja das heftig einfach eine komplette hieler runde ist aber was ist bei dir los ist die schlechtes wetter oder das damien deswegen freunde von mir sagten schon so wie sie legen zusammen um ihr neues headset zu kaufen meine 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 aussage hyper x cloud drei wireless bitte dankeschön deswegen hyper x ist das ist die einzigste headset marke von allen die ich bis jetzt durch getestet habe wo ich keine kopfschmerzen von kriege ich kriege gegen die künstlerin aber auch kopfschmerzen ist das hier mit den raubenraben mit den vögel ja hier und nie und nie will ich nicht nee lass mal was anderes spielen schnell quinden einfach ich hatte vorhin eine runde meine erste dead by daylight runde des tages fing mit einem tryhard nenoni an der dann internet disconnect hatte intensiver ist es desto näher ist da klar nö das ding ist die standhäute von generatoren lassen sich häufig an den blinkenden lichtern über ihn feststellen schon wieder du hast schon wieder unwetter Tornado nein lebe ich nicht also lange das ihre map nicht ist diese wüste ding kackt da dann ist ja auch ganz in ordnung so hier auch ich möchte was machen so aber bitte leicht das spiel ich weiß ich doch nicht hier weiß ich doch nicht wo totems war ach da weißt du es nicht aber das andere schon ja ich spiel die map selten weil ich die map kacke finde ja generell kommt ja auch ganz schön selten muss ich sagen ich weiß auch gar nicht die bedeutung die überhaupt hat warum ist das denn jetzt passiert was ist der jen geschlossen der ist gerade explodiert und ich habe geschrien dann habe ich ihn kurz repariert und nach dem reparieren sind da diese zacken drum und dann haben wir sind gerade so schwarze schlieren vorbeigeflogen oh mein gott ja nee das war die heck das war die hexade die rahmenfrau ok ok ich sitze jetzt am nächsten generator ja ich bin irgendein generator gewesen der ist schon angefertigt und der schon gemacht wurde hätt ich wahrscheinlich ach mann ich hasse es ich bin ein vollidiot die macht auch so eklige geräusche hat sie ein cosplay an oder was ist los hier ja weiß sie also wenn ich pech habe kommt sie jetzt direkt her weil ich gerade zu südlich zu dem ich war space zu drücken da sperrt sich der auch ich raste aus wenn die heizung ja komm mal ein stück weg da bitte ich habe angst dass sie da gleich anfangen bitte helfen sie mir wir machen das hier wir wucken das jetzt hier das wird jetzt hier gut was war das denn wir kommen jetzt hier alle raus kann irgendwer kann irgendwer Geld geholt floh ist in meiner nähe aber die bleibt die ganze zeit in meiner nähe auch zusätzlich naja aber dann müssen sie sich doch die leiste füllen oder ist sie halt so gerade so weit genug weg die ist gerade so weit weg sie rennt hier ein bisschen rum aber ändert hat nichts daran dass sie trotzdem irgendwo sich noch so weit bewegt ich bin jetzt eigentlich weit weg genug also ja aber die anderen auch die sind irgendwo in deiner nähe ja ja toll Florian liegt was macht ihr denn da hinten cool die anderen sitzen an dem jetten warum sitze ich denn an dem jetten nein hol mich nicht hol mich nicht blöde Kuh ey das ist okay das kein Problem war ein Pera-Gee was was ist denn daran so Pera schade ich hatte die Hoffnung ich hatte das Glück vielleicht einmal kurz auf meiner Seite und komm vom Haken weißt du nein krass hier hier die hier ist auch so ein Kandidat von I can do back and fly und so ja richt schuldig wie der am keller und flieze sich selbst ja ich habe ja ich muss mal für mein hier muss ich halt in den keller ich bin an teiler und der alten vorbeigelaufen ich habe endlich totem gefunden ich stehe jetzt in der dunklen küche und hier nicht ich hasse sie warum warum zerstört bei tote ich weiß es aber wirklich sie will auch nur mich die ganze zeit wenn sie mich sieht ist ja alles egal ich glaube drei meter schon kriegt sie schon den befehl zum dranhaken okay cool du hattest nichts in der hand gehabt mensch wär ich ja nö toll vielleicht hattest du noch einen sunny kasten wo ich mich heilen konnte wofür sunny kasten wenn ich meinen nützlichen perk habe okay äh das hat er mir noch mehr hm oh dieser langer schlag ne die mag ich nicht keine ahnung mach dein quark selber ich glaube das ist immer explodiert wenn sie jemanden an den haken hält kann das sein ja das ist es so leider ja als ob du mich gesehen hast ja ich habe damit nicht gerecht dass du so schlau ist in die andere Richtung zu laufen ja das war es mit der hunde sehr cool hat er hat er super funktioniert wir haben einen generator nächstes mal festgelegt 1 war 2 es war für monstens minutenregen auch vollkommen muss ich sagen ja das ist ok boah war das noch eine scheißrunde gott war die nicht schlecht ja boah das ist richtig unbefriedigend das ist ein blauer oh mann naja was solls was solls das ist ok na dann an der stelle vielenächstes schau doch gerne bei den anderen vorbei das sind unten verlinkt das gerne ein abo und ein like dann wir sind auf der nächsten szcz look des dragons mal gucken was wir dann spielen ich hast dir die ganze simon schließe mir an Tschüss. Ciao.